Es ist eine Gelegenheit gewesen und die hat man dann mal im Shop gepackt. Also man kann fast sagen, wir haben es in den Zustand zurückversetzt, der vor 100 Jahren üblich war. Das macht sonst ein Generalunternehmer, nicht ein Unternehmen selbst. Aber dieser Meilenstein war notwendig, damit die Daten weiter wachsen können. Wir sind stolz, das mitgemacht zu haben, mitgetragen zu haben und mit aufgebaut zu haben. Ich habe am Anfang gesagt, ideal wäre es, wenn man hier mit Leuten durchgeht und nachher sagen die Leute, hier würde ich gerne arbeiten, das ist ja super. Ich meine jemanden dieser Tür. Ich glaube, nur nichtako, dass ich eine Abaktion das cleanse, aber ich wünsche dir sehen sag euch, dass ich in denих ε model arrested, Wir haben keinen Luxus hier gebaut, aber wir haben das umgesetzt, was man haben sollte aus unserer Sicht, was gut ist und was funktional ist. Vielen Dank.